Hybride Veranstaltungsformate setzen auf eine Vernetzung des Digitalen mit dem Analogen. Dabei wird der Live-Event genutzt, um eine deutlich größere Teilnehmerzahl über digitale Kanäle zu erreichen. Mit einem hybriden Event können Sie somit Online-Teilnehmer weltweit und live in Ihren physischen Auftritt einbinden. Dadurch erhöhen Sie nicht nur die Reichweite, auch Ihr Vertrieb wird digital unterstützt. Während des Events können die Online-Teilnehmer Vorträge im Livestream zeitgleich mitverfolgen, Produktneuheiten kennenlernen und in Echtzeit mit Ausstellern und Besuchern via Chat, Videokonferenzen oder Outbreak-Sessions kommunizieren. Nach dem Event stehen aufgezeichnete Vorträge, Produktvideos und Broschüren on demand zur Verfügung. Qualitativ hochwertige Leads können des Weiteren auch weit nach dem offiziellen Messeende generiert werden. Plus, Besucher haben auf der hybriden Messe die Wahl, welche Form der Präsenz oder des Besuchs sie bevorzugen. Als zertifizierter Partner von Expo IP bieten wir mit YourFair unseren Kunden die Möglichkeit, die Vorteile aus beiden Welten aus einer Hand zu erhalten. Wir bauen sowohl Ihren physischen Messestand für Ihren Live-Event, als auch Ihren virtuellen Auftritt individuell und passend zu Ihrer Corporate Identity. Und das Tolle daran, die erstellten Inhalte zu Ihren Produkt-Highlights können Sie nach der Messe in einen eigenen virtuellen Showroom importieren und somit Ihre Kunden und Interessenten ganzjährig in Ihre virtuelle Unternehmenswelt einladen. Hybride Events von fliegende Bauten und YourFair. Sieh in den Moment für 110 Meter im rumsetzen. Sieh in den nächsten Mal orserverkehr. Bis zum nächsten Mal.